Mit hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck für die US-Indizes, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq. Was war das für eine Woche? Erst nochmal ein Tief nach unten, dann nach oben gepusht in den Wochenschluss hinein. Fast Schluss auf Wochenhoch, wichtiger Support erhalten. Nur ein Short-Squeeze oder ist das jetzt die große Umkehr in die starke Saisonalität hinein? Kann es gelingen? Komm, laufen wir jetzt wieder hoch, übernehmen die Bullen. Wir schauen uns die charttechnische Lage hier etwas genauer an. Das allgemeine Marktumfeld, Thema Arbeitsmarktdaten, Thema Anstieg der Anleihen, Thema systemische Risiken, haben wir alles zum Wochenausblick besprochen. Dieses Video blende ich euch gerne nochmal ein, könnt ihr euch anschauen, wenn euch dieser große Research-Bereich auch interessiert. Den DAX-Check hatte ich natürlich auch schon rausgebracht. Aber hier geht es jetzt um die Wall Street. Wir blicken mal drauf. In der vergangenen Woche habe ich ja gesagt, wir brauchen zum letzten Wochenausblick, wir brauchen noch einen Paniktief im Ideal, also noch einen Tiefpunkt. Und der zieht dann nach oben, wird nach oben aufgekauft in den Wochenschluss hinein. Das Szenario haben wir momentan gesehen. Blicken wir erstmal auf die allgemeine Marktbreite im Jahresverlauf 2023 zu sehen. Wie unterschiedlich ist das? Hatten wir zum Wochenausblick schon etwas besprochen. Der NASDAQ hier knapp 38% Jahresperformance noch dort vor allem angetrieben durch die Big Techs. Der S&P 500 ist auch etwas verfälscht dadurch durch die Big Techs. Wäre Gleichgewichte, oder würden wir die starken 7-Tag-Titel herausnehmen, wäre der S&P auf Jahressicht unverändert. Und auch hier Nebenwerte und Dow Jones auf Jahressicht, sogar mit einem leichten Minus, hat man gar nicht viel geholt. Und also das zweigeteilte Markt, das muss ich immer wieder erwähnen, die Marktbreite ist nicht sehr stark im US-Markt. Zum Jahr gehalten durch der vermeintliche sichere Hafen der Big Techs. Aber mal gucken, was die Earnings zeigen, die Quartalsberichte, sondern genau diese Big Techs sind mittlerweile ziemlich anspruchsvoll bewertet. Aber wir gehen hinein in den S&P 500 hier im Quartal, startieren wir die Dotcom-Bubble im Jahr 2000, hier haben wir 2007 knapp die Finanzkrise. Dann eben die ganze QE-Rallye, wo man starken Aufwärtstrendkanal haben, den wir immer verteidigt haben. War das der große Bärenmarkt im letzten Jahr? Ihr wisst, im Breitenmarkt habe ich da ganz große Zweifel gehabt, dass das wirklich ein Bärenmarkt war. Haben für mich vor allem die dritte Komponente, die Kapitulationsphase, hat auch der Breitenmarkt nicht so tief gefallen. Hat alles nicht zusammengepasst, im Tech-Bereich ist da eher was anderes gewesen. Da die Frage, kommt da noch was nach? Hatte ich ja auch mal ein Video, was kommt da noch? Der Bärenmarkt kann ich euch gerne auch nochmal einblenden. Im Quartalschart, ja, letzte Quartal, ziemlich rot beendet, ist das eine Gipfelkerze? Die Bären sagen, natürlich ist das eine Gipfelkerze. Jetzt geht es ja nach unten, wir machen hier ein großes Doppeltop rein und jetzt geht aber die richtig was ab hier. Und ja, vielleicht triggern wir das Doppeltop und befinden uns dann bei 2400, 2200 wieder. Diese Marke hat man ja auch immer wieder. Aber da muss einiges noch passieren. Gerade die 4.2 müsste herausgenommen werden. Nimm mal die heraus, glaube ich, dass in der Tat hier nochmal richtig Druck aufkommen kann. Dass man vielleicht hier runterlaufen auf alle Fälle. Vielleicht dann hier als möglich einen kleinen Doppelboden, damit er hochlaufen kann. Vielleicht wird es ja dann auch bloß ein steigender Keil. Müsste man dann alles in Ruhe anschauen. Also an der 4.2 entscheidet sich meiner Meinung nach viel. Und zu bearish sollte man halb oberhalb der 4.200 noch nicht sein. Das kann man ja immer noch sein, wenn es denn soweit ist. Dort entscheidet sich viel. Pfeilen wir doch durch. Kann ich mir vorstellen, dass sogar die 4.000 wieder unter Druck geraten kann. Aber das müssen wir im Stück für Stück abworten. Momentan hält die Zone laufen in die starke Saisonalität. Hat man ja alles zum Wochenausblick schon etwas besprochen. Also hier kein Grund, leicht zu viel Angst zu haben. Brechen wir da durch? Ja, ich glaube, dass man sogar vielleicht hier leicht höher gesetzt, diese Tiefs vom Feuer noch mal anlaufen können, um es dort dann vielleicht zu stabilisieren und von dort einen neuen Angriff zu wagen, der auch nicht sehr nachhaltig sein muss. Die ganz stark linearen Bewegungen habe ich zweifelt. Erst recht, wenn die anderen Renditen so lange so weit oben bleiben. Im Wochenschort blicken wir rein, hatten wir ja häufig immer angeschaut. Letztendlich mein Szenario war, das ist hier der Boden gewesen im Oktober. Da haben wir hier einen ersten Impuls gehabt. Da haben wir die lange dritte Welle gehabt. Die sollte eben konsolidiert werden. Im Ideal plus ABC-Muster zur schwachen Saisonalität. Dann Umkehrtendenzen. Und wir lösen die Sache auf, diese mögliche Bullenflagge und schießen im vierten Quartal wieder nach oben. Und momentan, dieses Szenario lebt noch. Lebt auf alle Fälle noch. Ist noch nicht tot. Wir sehen jetzt hier Stabilisierungstendenzen. Schade ist, dass diese Hammerkerze nicht ganz ausgebildet wurde. Wir statten bis wenig Minuten vom Handelsschluss am Freitag, statten wir auf Wochen hoch. Da hätten wir eine richtig schöne Hammerkerze am Support 4200 gehabt und hätten dort nach oben drehen können. Aber in den letzten Minuten zurückgefallen lassen, hat keine saubere Hammer da. Vielleicht ein Hinweis, also richtig stabil ist die Sache nicht. Aber zumindest leichte Tendenzen hier sich zu stabilisieren. Letzte Woche haben wir ja gesagt, wir brauchen noch einen Tiefpunkt. Ideal. Ich hatte gesagt, 4220, diesem Bereich. Vielleicht rutschen wir hin, kurz zum Wochenabrücken, drehen dann nach oben ab. Haben wir ziemlich genau gesehen. Unteres Bollinger Band hier auch geholt. Aber viel tiefer darf es bitte nicht gehen. Hier sind die Zwischenhochs. Also viel tiefer als 4220 darf es nicht gehen. Da kippt das Szenario leider weg. Also ich möchte ja dieses ABCM, dass man die Flagge dann auflösen, dynamisch. Und dann vielleicht sogar noch einen richtigen Impuls Richtung Allzeithoch sehen könnte. Das Szenario, charttechnisch lebt hier noch. Aber wir müssen stabil bleiben an der 4200 und dürfen nicht zurückfahren. Also 4200 halten, sich stabilisieren im weiteren Verlauf. Hier die 4330, waren wir schon kurz davor, würde dann die Tür öffnen, so 4400. Hier im Wochenschart, da ist auch das mittlere Bollinger Band, dort rüberkommen. Und wir würden mal die Abwärtsdynamik herausnehmen und könnten dann die 4500 aufscoren nehmen. Oberhalb der 4500, oberhalb des Zwischenhochs sieht die Sache sehr gut aus. Und mit dieses weiterhin bullische Muster, was wir hier sehen, haakscharf verläuft das hier. Aber wir sehen es noch, damit dies weiter aufgegriffen werden kann. Also 4200 halten, 4330 herausnehmen, dann die 44 aufscoren nehmen. Darüber erste Herausnahme der direkten Abwärtsgefahr. Oberhalb der 4500, beziehungsweise knapp darüber, das Zwischenhoch, hätten wir die Auffällung. Und wir sehen in der Tat eine Jahresendrallye. Aber wehe, wir brechen hier durch, durch die 4200. Dann ist hier dieses ABC-Symmetre, passt das schon nicht mehr. Gefahr, dass wir vielleicht hier am Jahresendrallye einen Impuls setzen, der dann deutlich tiefer führen kann. Und urplötzlich haben wir die 4000 unter Druck, beziehungsweise stehen sogar unterhalb. Und mehr kann dann sogar nachkommen. Also umso wichtiger, sich hier zu stabilisieren. Da wiederhole ich mich. Ideal für eine nächste Woche schon stabilisieren. An der 4260 wäre gut. Und dann würden wir uns langsam weiter nach oben arbeiten können. Richtung 4400 vermutlich war dieser Weg. Aber steinig. Alles wieder unterhalb der 4260, da bleibt die 4200 unter Druck. Und brechen wir dort durch. Dann trübt sich die Sachlage leider merklich ein. Aber momentan, das Szenario, leichte Stabilisierungstendenzen. Leider keine richtige Hammerkerze. Aber trotzdem erstmal Stabilisierungstendenzen. Das sehen wir hier im Tagesschau, dann auch nochmal ABC zu sehen. Momentan haben wir die Gegenbewegung hier gehabt. Das ist alles etwas mühsam noch. Aber das ist auch hier im Vierstütten-Chart auch zu erkennen. Also hier im Tagesschart sind wir runtergelaufen. Gegenbewegung haben hier bei der 4320 das erste Retreatsment. Gut, von welches Worten das? Welche Bewegung? Achso, von diesem Impuls, der Beginn. Da sind wir dort wieder angekommen. Mein Szenario war, ich will sehen nochmal einen Tiefpunkt. Laufen runter Richtung 200-Tage-Linie. 4220 hoch. Haben nicht ganz geholt. Wenige Punkte haben gefehlt. Und dann die Gegenwehr. Und diese Gegenwehr ist der erste Grundstein für einen Bodenbildungsprozess. Ups, nennt es so nicht. Einen Bodenbildungsprozess. Mögliche ISGS-Formation hatte ich es genannt. Dass wir hier vielleicht sowas basteln. Das habe ich vor einer Woche gezeichnet. Und da steht halt weiterhin ein bisschen zur Debatte. Und da passt auch die Bewegung von 4250, 4260 absolut noch ins Bild. Das wird sich jetzt zeigen müssen, was wir hier basteln. Dass hier was passiert an der 4200, habe ich vor einer Woche schon gesagt, war sehr wahrscheinlich. Das war ein sehr wahrscheinliches Szenario. Aber wird das jetzt eine bullische Struktur? Mögliche Umkehrformation mit dem Impuls auf der Oberseite? Oder zieht sich das hier wieder hin? Und wir basteln vielleicht einen irgendeinen hässlichen Keil hier rein. Montag dann vielleicht gleich wieder unterhalb der 4023 reinkommen. Haben wir vielleicht nur diesen Cluster erstmal offen. Richtung 4320, 4260 wäre schon mal der Hinweis. Keine Anschlusskäufer unter dieser Nummer. Und wir konsolidieren ja vermutlich weiter. Und basteln vielleicht sowas hier hoch. Man kann hier noch weiterlaufen. Richtung Gap-Zone wäre alles vollkommen in Ordnung. Wenn wir die Fibonacci-Retraismen drüberlegen. Könnte man ja auch mal tun. Ist das alles ja nicht viel von dieser Bewegung hier. Da sind wir wahrlich nicht zu hoch. Könnte man hier weiter sich einkehren. Da die Bewegung wäre dann eben der Hinweis, dass das hier nicht keine große Umkehrformation ist. Sondern eher die Zwischenkonsolidierung, weil dieser Impuls bis zur 4200, bis zur wichtigen Unterstützung abgeschlossen ist. Daher wichtig, wie geht das jetzt hier weiter. Momentaner Cluster 4320. Wie gesagt, könnte es sein, dass wir unterhalb reinmachen. Das Squeeze halt nicht nachhaltig ist. Kommen wir unterhalb rein. Haben dann am Montag dann erstmal diesen Cluster aktiv. Richtung 4260, 250. Als Inside D. Und da mal gucken, ob wir uns hier in der Tat stabilisieren können. Also die Bullen bräuchten hier eigentlich, ja, Rücksetze passt rein. Aber hier muss man dann abdrehen für diese mögliche ISKS-Formation. Wehe, wenn sich das hier so hinzieht. Und wir hier vielleicht wirklich nur so eine Art Keilformation ausbilden. Und hier keine Aufwärtsdynamik generieren können. Oh, bleibt der 4330, wäre die 4360 im Blickpunkt. Darüber die Chance hier ins Gap. Und die besagte 4400, beziehungsweise eigentlich ein Cluster 4385 bis 4400 wäre dann im Blickpunkt. Darüber könnten wir die erste Aufhellung haben. Also eigentlich Aufwärtsdynamik, kurze Rücksetze erlaubt. Mögliche ISKS-Formation, aber Aufwärtsdynamik möchten hier einen Impuls sehen. Und jetzt kein mühsames seitliches Laufen. Beim DAX ist es ja auch ganz ähnliches Bild. Der Short Squeeze, er kann ein Grundstein sein. Aber er muss eben echte Käufer finden. Und vermutlich, wenn meine Annahme, sehen wir aber zum Wochenauftakt erstmal diesen Cluster. Und da muss man schauen, ob man sich am EMA 200 stabilisieren kann. Ja oder nein. Brechen wir durch, sind wir wieder in den Cluster drin. In der ganz wichtigen Supportzone von 4.260 Richtung 4.200. Wo ist der SM-A200? 4.210 wäre das dann. Und dort durchbrechen und es wird leider ernst. Und die Sache trübt ihr dann doch merklich wieder ein. Und auch mittelfristig ist dann einfach mehr zu erwarten. Weil eben dieses schönes Muster, was wir hier hatten, als schönes ABC-Struktur, schöne Bullenflacke, die ist dann gestört, passt nicht mehr. Und dann müsste man fragen, ob es hier vielleicht doch ein großer Impuls schon begonnen hat. Es hier vielleicht ein längerer Impuls entsteht, der uns auch Richtung 4.000 wieder führen kann. Also das ist ein bisschen das Bild im S&P 500. Letztendlich alles sehr, sehr, sehr nach Szenario. 4.200 hält kein Grund. An der 4.200 zu bearish zu sein, hatte ich immer wieder gesagt. Auch die Shortquote viel zu hoch. Alle bearish Support hält ab und alle sagen, jetzt kommt das große Eilgis, wir brechen durch. Aber wir brechen ja noch nicht durch. Kein Grund zu bearish zu sein am wichtigen Schlüsselsupport. Oberhalb vom Schlüsselsupport eher am Gegenteil. Man könnte ja hier einen Trade setzen und eng absichern. Hatte ich ja einen gesetzt, aber A wurde dann nicht ganz getriggert. Ich glaube, zwei Punkte gefehlt. Und wem möchte ich den am Freitag nicht haben? Nicht am Freitag übers Wochenende und Freitag gerne sehr tricky. Ein Tag, der sehr tricky sein kann aufgrund Shorts, Quizzes etc. Einseitigen Bewegungen, die dann nicht aufgegriffen werden. Aber wenn, dann wäre hier am Schlüsselsupport doch eher ein Long Setup denkbar. Eng abgesichert, was dann weit hoch führen könnte. Aber Short, wo sichere ich das denn ab? Eine Mini-Gegenwegung? Ich bin ja schon rausgedrückt. Also das ist immer das Umfeld, was die Masse dann in die falsche Richtung führen lässt. Also 4.260 Support, 4.320 darüber 360 und die 4.400 darüber erste Auffällung. Unterhalb wäre die 4.2 Unterdruck. Und dort sollten wir im besten Fall gar nicht mehr durchbrechen. Wir gehen mal hinein noch in den Dow Jones. Unterschiedlich, Dow Jones keine Jahresperformance generiert. Underperformer, ähnlich wie DAX, ähnlich wie der Russell, wo ich ja auch noch eine Short-Positionierung habe. Erster Link in der Videobeschreibung, da findet ihr die Trading-Signale. Habe und auch mit der schon sehr, sehr glücklich bin. Und auch noch untere Ziele sehe. Deswegen ist es ein zweigeteiltes Bild der US-Markt. Wir haben hier an der 32.000, äh 33.000 hier im Dow Jones Wochen, ähm, Monatschart. Etika zu einem Monat, mittlere Boninger-Bahn. Hier auch Gegenbewegung war zu erwarten. Aber auch hier die Frage, eine Bewegung, so wie für eine Woche eine Gegenbewegung erwarte ich nach einem weiteren Tiefpunkt. Und wir müssen nun sehen, jetzt ist der nächste Punkt, wir haben den weiteren Tiefpunkt gesehen. Wir haben die Gegenbewegung gesehen. Es ist aber jetzt die Frage, welchen Muster sie verlaupt. Das ist die Frage für die kommende Woche. Und es kann gut sein, dass die einfach erstmal nur in BR-Strukturen verlaufen wird. Mittlere Boninger-Mann, 33.000, ja, eine kleine Gegenbewegung möglich. Natürlich übergeordnet die Gefahr, dass wir hier vielleicht sogar durchrutschen Richtung 31.500, 31.700. Da haben wir hier so eine große Formation liegen gelassen haben. Sehen wir hier im Wochenschart nochmal, na, diese Formation, ähm, zeichne ich wieder hier rum, äh, diese Formation im ganzen Jahr ausgebildet. Die schöne ISGS-Umkehrformation, nicht aufgegriffen, hängen geblieben, äh, ganz, war schon, haben wir ja diskutiert, ja, war schon ein bärisches Signal. Äh, das riecht nach Bullenfalle. Normalerweise läuft man in die Nackenlinie ran und zieht nach oben mit Fortsetzungskerze, mit Dynamik, mit Volumen, haben wir alles nicht gesehen. Das Gegenteil, zurückgefallen, große Bullenfalle gesehen. Und ja, vor die Frage, basteln wir bloß in drei Wellen, zieh wieder nach oben, sieht nicht danach aus. Es sieht einfach nach mehr Abwärtsdynamik raus, da aus. Und so hatte ich schon hier diesen möglichen Impuls eingezeichnet, dass wir uns hier vielleicht in einer Impulsbewegung finden, in der dynamischen dritten Welle befinden, die noch Luft hat, auf der Unterseite 32, 3, 32, 4, dann eine größere Zwischenerholung. Und dann, ja, möglicherweise, da sind wir hier im SMA 200, EMA 200, 31, 5, 31, 7, der genau das Bild hier auch, was wir dann im Monatschart haben. Ja, das Szenario ist für mich jetzt wahrscheinlicher geworden, wird erst unwahrscheinlich, wenn man die 34.000, hier quasi wieder in die erste Welle hineinlauft. Das darf nicht passieren mit der vierten Welle, dann ist es nicht, keine Impulswelle hier mehr. Also 34.000, 34.300, darüber sieht die Sache wieder besser aus, nicht nach dem Superbull ran. Aber eben nicht mehr, dass hier die direkte Abplatzgefahr Richtung 31.500 besteht. Dort müssten die Bullen also rüber, 34.000 wieder knacken. Aber an 33.800 wird es vermutlich schon ganz schwierig übergeordnet. Hier im Wochenschart glaube ich eher, dass wir hier noch untere Ziele haben. Mit Zwischenschritt auch noch mehr folgen kann, dass die Sache für den Value-Bereich den ganzen Jahresverlauf schon schwierig. Null Performance, aber dass die auch noch schwierig bleiben wird. Hier kurz auch in den Tagesschart hinein, jede Kerze einen Tag, SKS-Formation hatte ich euch eingezeigt. Der Bruch der 200-Tage-Linie bei 33.800, haben wir drüber gesprochen. Und hier die lila-Zone sollte eben was kommen. Es sollte was kommen, ob nun bärisch oder bullisch. Aber es sollte eher was kommen auf der Oberseite. Dass alle das Gegenteil gewettet haben, hat bestätigt, dass da was auf der Oberseite kommen musste. Heute sind wir reingelaufen, erste Support, sehen wir hier im 4-Stunden-Shart, das kleinere Bild auch noch mal etwas genauer. Das hatte ich auch eingezeigt, wir sind ja möglicherweise in der fünften Welle und jetzt erwarte ich hier irgendwas. Ich erwarte hier gegen den Bullish oder Bearish, wie eben auch schon im S&P gezeigt. Also die Bullen müssten ja eigentlich Dynamik bringen, am besten Richtung 33.800, dort gerne nochmal die Rücksetzer. 33.800 sind ja auch die 200-Tage-Linie hier oben verlaufen. Dort mal hinlaufen, dann zurückfallen und vielleicht für eine ISKS-Formation. Das wäre das Bullische. Am besten sehr direkt bis Dienstag hochlaufen, 33.800, 33.900 anklopfen, dann 200-Tage-Linie. Im ersten reißen wir dort nicht durch. Rücksetzer und dann vielleicht mit einem zweiten oder zweiten Weg. Und dann seht ihr ja auch, was wir hier basteln. Das wäre eine ISKS-Formation. Das wäre das Bullische-Szenario und das führt dann vielleicht wieder über die 34.000, 34.300. Und die Sache hält sich aus, direkter Abwärtsdruck wäre heraus. Das wäre das Bullische-Szenario. Aber wir haben jetzt Probleme und kämpfen jetzt schon wieder und laufen wieder zurück. Montag vielleicht erst mal wieder der Inside-Day, was durchaus im Raum steht. Und dann auch gefährlich wäre für die Bullen, dass wir erst mal sowas hier wiedersehen. Und dann nochmal der Angriff, dann vielleicht nochmal und dann laufen wir nochmal hoch. Dann ist das keine schöne ISKS-Formation. Dann basteln wir hier eher wieder so eine Flagge hinein. Und dann können wir ja auch die Fibonacci-Retraismus drüberlegen, als saubere Konsolidierung, die wir hätten. Dieser Impuls ist abgeschlossen. Sollte was kommen. Wie hoch kann er führen? Hier haben wir drüber gelegt. Aktuell stehen wir ja zwischen 23.6 und 38.2. Stehen wir ja momentan dort. Das ist wirklich nur eine minimale Konsolidierung. Die kann auch fortgeführt werden. Aber das Muster macht jetzt die Musik. Laufen wir zurück. Basteln wir bloß eine Flagge. Kommt vielleicht bis an die 33.8 heran. Das ist ein gutes Ziel. Also die 200-Tage-Lehnen sind ein gutes Ziel für die Gegenbewegung. 33.8, 33.9. Aber wie laufen wir dorthin? Direkt am Anfang dynamisch ISGS wie eingezeichnet oder so wie hier. Das ist mir so eine bärische Flagge zeichnet. Dann haben wir hier bloß den Abwärtsimpuls. Genau wie das Zeichen letzte Woche. Ich erwarte diesen Impuls. Und dann gucken, ob bloß die bärische Struktur kommt. Das wäre eine bärische Konsolidierung, die danach den Fortsetzungsimpuls hat. Und im Idealfall 50er-Retraismann knapp 33.8, 33.9. Das wäre die bärische Komponente, wenn wir hier so hochlaufen. Und das würde dann zu diesem großen Bild passen hier. Dass wir hier Zwischenkonsolidierungen sehen und dann noch untere Ziele holen. Hier die SKS, die hätte das Ziel. Diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die hätte genau das Ziel. Hier im Bereich der 32.3. Da würden wir dieses holen. Wer mal hier unten, wie der der Wochenschort. Ich hoffe, ihr blickt immer mit den Zeitebenen hinterher. Aber das ist wichtig, dass die verschiedenen Zeitebenen hier auch getrachtet. Da wären wir hier unten und könnten dort nach dem SKS ziehen. Jetzt die Schulter, Kopf, Schulter ist ja auch zu erkennen. Könnte man dort mal eine größere Gegenwehr sehen. Also Gegenwehr hier nochmal im Tagesschau mit der SKS-Formation Richtung 200 Tage. Meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich. Aber sehen wir das direkt, um dann hier die SKS zu basteln, mit einem Durchbruch über die 34.000. Mit der echten Auffällung oder wird die Sache bearish? Das wird die große Frage sein. Mein wahrscheinliches Szenario ist, wie gesagt, eher, dass wir hier diesen neuen Impuls gebastelt haben. Passt für mich nämlich symmetrisch ja nicht mal hinein. Große Bullenfalle wiegt schwer. Glaube ich, dass hier was nachkommen wird. Und wir dann eher, ja, wir haben die Gegenwehr hier gesehen. Genau worüber wir gesprochen haben. Und dass wir jetzt hier unten diese Gegenwehr fortführen können. Aber wir am Montag vielleicht keine Anschlusskäufe finden, sondern uns hier weiter mühen und dann hier weiter nach oben laufen können. Richtung 33.8. Definitiv ein interessantes Ziel, aber eben ein Ziel, was langsam erfolgen soll mit Rücksetzern. Fibonacci-Retresmus habe ich jetzt schon weggemacht. Aber wäre ein gutes Ziel, 38.2.50-Retresmus wäre gut. Hätten wir vielleicht bloß eine bärische Flagge. Das ist hier der abwärts-Rent mit der bärischen Flagge. Und danach kommt die Fortsetzung. Die Bullen brauchen eigentlich direkt Anschlusskäufe. Am besten Montag. Montag oder spätestens Dienstag, erste Tageszeit, die oben ankommen. Bei der 33.8. 33.9 wäre super. Erste Abpraller an den 200 Tagen, die sowieso wahrscheinlich ist und dann nochmal mit Schwung durch. Das brauchen die Bullen. Das brauchen jetzt die Bullen. Die brauchen hier eine Impulsbewegung, die nach oben fortgesetzt wird mit der Umkehrformation ISGS. Aber kein 10-Verlauf. Dass hier was kommen sollte, wie hier eingezeichnet. Hier war der Impuls. Hier sollte was kommen. War auch bloß so eine kleine ABC-flache Konsolidierung. Wurde aufgelöst. Das war hier dann auch sehr wahrscheinlich. Hatte ich euch letzte Woche darauf vorbereitet. Und trotzdem waren alle sehr bärisch gestimmt. Ja, so ist es halt. Also ich kann bloß ein bisschen Ideen geben. Ich kann komplett verkehrt liegen. Aber vielleicht auch nicht. Aber die Warnung ist immer oft an Sentiment gerichtet, wenn alle Bärungen stehen. Alle den großen Bruch sehen. Und wir den Bruch aber schadtechnisch nicht sehen. Vielleicht ist es nicht das wahrscheinliche Szenario. Also hier weitere Gegenbewegung. Wahrscheinlich. Wir gehen noch hinein in die NASDAQ. NASDAQ ist ja ganz analog zum S&P letztendlich. Steht aber noch besser da. Noch mehr durch die Big Techs getrieben. Hier im NASDAQ Wochenchart. Da habe ich mal ein paar Grafiken hier kurz weg. Im NASDAQ Wochenchart. Wenn das hier nicht ganz so voll aussieht, muss er nicht mal so voll sein für euch. Bisschen sauberer. Damals seit dem Oktober tiefsten wir ja hochgelaufen. Alles gut. Hatten hier dann auch die KI-Rallye ab März. Alles gut. Szenario ab Hochpunkt war ganz klar der Punkt A, B, C. War mein Szenario. Wurde passen. Hätten wir ordentlichen Rücksetzer. Schwache Saisonalität. Als das hier oben gesagt haben. Natürlich alle dagegen. Kann nicht sein. Wir laufen Richtung Allzeithoch. Jetzt sage ich oben. Könnte Gegenwehr kommen. Was hört man nur? Nein. Wir brechen durch. Bis der Volk ist. Ist das möglich? Thema Sentiment. Immer wieder so. Letztendlich bewegen wir uns aber auch vollkommen im Rahmen. Das ist die KI-Rallye gewesen. Hier ist die Flagge im Nestec noch am saubersten. Am saubersten sieht das aus. Wunderbare ABC-Unterkante erreicht. Unteres Boninger Band erreicht. Flaggen-Kanal-Unterkante erreicht. Und Gegenwehr gesehen. Aktuelle Wochenkanzerstabilisierung. Also maximal, hatte ich gesagt, kann man hierhin auch noch laufen. Wäre noch in Ordnung. 14.000, 14.300. Momentan voll im Bild. Brechen wir hier durch. Ist das einfach ganz klar möglich, dass wir auch eine fünfte Welle nachholen können. Und hier sogar Richtung Allzeit hochlaufen können. Und was da anders passiert, klar, sind da große Doppeltops möglich. Da wäre ein großer Impuls fertig. Alles möglich in diesem Bereich. Aber es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, wenn das Systeme Alpes nicht kommt, dass wir auch nochmal ein solides viertes Quartal sehen können. Hatten wir ja auch so einen Wochenausblick besprochen. Das müssen, solange die Unterstützung halten. Dieser Verlauf zum bullischen Muster hat keinen Grund an den wichtigen Unterstützung zu bearish. Da wiederhole ich meine Worte. Jetzt sind aber die Bullen gefragt. Hatte ich gestern auch schon im Dashboard geschrieben. Ab 15.000 wird die Luft dünn. Hier ist die Wochenkerze. Wir sind quasi vom Wochentief auf Wochen hochgelaufen. Im Wochenschluss hinein auch keine saubere Hammerkerze. Und mittlere Bonninger Wand 15.050 knapp. Damals 78.6. Da muss man erst mal rüberkommen. Das ist die erste Hortenmarke. Dort muss man rüberkommen. Kommen wir hier rüber. Hält sich die Sache auf. Wir haben dann die Gefahr für einen direkten Abwärtsdruck. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr so hoch gegeben. Und Herausnahme von 15.6 inzwischen hoch. Dann sieht es ja danach aus. Die Flagge auch aufgelöst dann hier. Dass man in der Tat dann Dynamik auch noch oben sehen kann. Und die Bären so richtig ärgern können. Aber hier muss man erst mal durchkommen. Gut möglich, dass man hier gerade 15.000, 15.150. Dass man diesen Cluster hier trotzdem noch halten. 1.000 Punkte Cluster. Und wir vielleicht CW ja mühsam hier kämpfen. Dann trübt sich die Sache wieder ein. Also ich möchte hier eigentlich dieses konsolidierende Muster. Diese APT-Bewegung ist fertig. Jetzt müssten die Bullen dynamisch kommen. Wenn sie sagen, ja das ist eine bullische Formation. Dann möchten die hier Dynamik haben. Dann möchte ich in der nächsten Woche schon den Bruch dieser Zone. Hier bitte durchbrechen. 15.000, 15.150 durchbrechen. Und die 15.6 aufs Korn nehmen. Das möchte ich sehen. Jetzt hier rumdrucksen. Wir laufen ein bisschen seitwärts. Das sieht für mich nicht mehr sauber aus. Dann ist die Obacht angesagt. Dann sieht es danach aus, dass die Bullen die Sache nicht aufgreifen wollen. Dass sie unsicher sind. Und unsichere Bullen, die enden dann eben auch gerne mal als Bären futtern. Also Muster läuft. Absolut nach Plan. Support gehalten. Sehr gut. Am besten von allen drei US-Indizes. Aber jetzt muss der Widerstand herausgenommen werden. 15.000, 15.150. Dann im weiteren Schritt die Zwischenhochst bei 15.600 durchbrechen. Durch die 14.000 würde mir nicht gefallen. Aber auch das mühsame jetzt hier vielleicht noch zwei Wochen hier seitwärts laufen, würde mir auch nicht mehr gefallen. Aber so ein kleiner Rücksatz wäre noch in Ordnung. Der wäre noch in Ordnung. Aber im Idealfall der Bullen bitte, bitte ich eigentlich jetzt schon. Eigentlich jetzt die 15.000 attackieren. Die Konsolidierung ist fertig. Können wir auch einen Tagesschart noch mal sehen. Auch hier sieht es noch nicht ganz so schön aus, diese Gegend. Wir haben eine Short Squeeze gesehen. Sie haben das Gap geschlossen. 15.000 geholt. Aber ein bisschen riecht danach, Montag ist ein Inside-Data. Dass man die Sachen nicht aufkauft. Das war ein Short Squeeze am Freitag. Deswegen vorsichtig am Freitag. Sage ich auch immer wieder. Trotzdem alle dagegen geschortet. Ein bisschen Geduld haben. Nicht hineinspringen in so ein Squeeze. Tut meistens weh. Kann gut sein, dass am Montag einfach direkt wieder das Inside-Data reinkommen ist. Innerhalb der Vorwochenkerze um vielleicht 14.000, 800, 15.000. Und uns dort erstmal aufhalten. Und eben nicht durchspringen können. Hatte ich hier noch was. Ja, das passt eben auch nicht so ganz. Ich hatte 14.000, 14.300. Die ist auch noch ein bisschen im Rahmen drin. So richtig gelöst. Richtig schön sieht das hier noch nicht aus. Ich hatte ja eingezeichnet. Beim S&P passt das eher zusammen. Ja, es wurde eine lange dritte. Hier die Gegenwert. Dann nochmal eine vierte, fünfte. Die 14.300. 14.000 wäre fast sauber gewesen. Was machen wir denn jetzt hier? Was ist das hier? Ist das schon zu bullisch? Eigentlich ist das auch nur sehr konsolidierend. Man sieht ja mögliche Bärenflagge. Sieht man hier. Man sieht ja vielleicht sehr konsolidierende ABC-Bewegungen drin. Sehen wir ja auch. Das ist momentan, das ist ein bisschen verschoben, aber ihr könnt es erkennen. Das ist momentan auch nicht so gut. Und haben wir jetzt nur den Inside-Day. Kommen wir innerhalb der Vortageskerze am Montag rein. Dann sieht das weiter, dass wir hier nochmal runter watschen und eben doch nicht den Ausbruch auf der Oberseite sehen. Dann sieht das hier weiter konsolidierend aus. Und man kann es auf der Unterseite doch nochmal richtig um 14.300 und 14.000 kommen. Also richtig schön ist die Gegenbewegung noch nicht. Also da muss man ein bisschen davon noch leben, dass vielleicht doch nochmal der Rücksetzer kommt. Gut, hier nochmal den Tagesschart hinein. Hier habe ich die ABC-Bewegung auch eingezeichnet. Ach, das sieht noch nicht ganz fertig aus. Ihr seht ja auch hier diese große ABC, die ich eingezeichnet habe mit der möglichen Bullenflagge. Hier aus dem Wochenschart, ABC, die Flagge. Sehen wir hier genauer. Das hier hätte schon noch reingepasst. Dass man hier vielleicht in der Tat dazwischen könnte. Und dann kam doch nochmal diese Bewegung hier. Dass man doch Richtung 14.300, 14.000 noch holen. Denn das Szenario, insbesondere wenn man direkt innerhalb der Vortageskatze reinkommt, das lebt weiter. Also Anschluss, Hochanschluss gesehen am Freitag, Squeeze, alles gut für die Bullen. Bullen wieder optimistisch. Und Montag bloß der Inside-Day. Also vielleicht noch die Future hoch, aber dann wieder doch mit Kasse eröffnen, wieder schwächer hinein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann läuft es ja weiter und das Ziel ist es doch noch ein bisschen gegeben. Also das sind ja bloß diese Zwischenschartraten. Also 14.000, 14.300 sind noch nicht abzuschreiben beim Nasdaq. Die Frage ist dann, was macht der S&P? Hält er die 4.200? Also der Freitag hat noch nicht die große Wende gebracht. Das wird noch ein heißer Schritt. Hier durchkommen zwischen Tiefstjab 15.150. Ja, dann bin ich der Meinung, die Sache hält sich auf. Kommen wir natürlich über den Abwärtstrend hier durch. Nehmen die Zwischenhochs raus. Das sind alles Punkte. Da hält sich die Sache merklich aus. Wir laufen die Jahresendrelle hinein. Aber dieses Gerüst hier finde ich noch nicht gut. Kann gut sein, dass wir in die Unterkante des Trendkanals auch noch holen müssen. Wäre auch kein Weltuntergang. Wäre noch in Ordnung. Nur viel tiefer als 14.000 soll es bitte eben nicht gehen. Also Nasdaq, ja, da muss ich die 15.000 jetzt aufkaufen und die 15.150 herausnehmen. Dann hat er die Tür richten 350 weiter. Ganz klare Aufhellung wäre das dann. Nur Obacht, wenn wir jetzt Inside D sehen und erst mal die 14.8 haben und dann nochmal Schwäche sehen, dann sieht das R hier weiter nach kleine Flacke aus. Konsolidieren, die nochmal aufgelöst werden muss auf der Unterseite. Also diese Bewegung gefällt mir noch nicht so ganz. Übergeordnet gefällt mir der Nasdaq auf alle Fälle noch. Ist nichts angebrannt. Alles in Ordnung. Den Verlauf schauen wir uns dann natürlich wieder in der nächsten Woche an. Montag Wall Street im Fahrradtag. Dünnes Volumen Anleihenmarkt geschlossen. Könnten die Impulse etwas fehlen. Aber diese Impulse sind eigentlich notwendig zur ersten Woche. Ihr habt es gesehen. Eigentlich brauchen die Bullen jetzt die Dynamik auf der Oberseite, um eben Umkehrformationen zu basteln. Um einen bullischen Impuls zu setzen. Und nicht diese Bewegung, die jetzt aufkommen sollte. Es war wahrscheinlich am Schlusssupport. Nicht diese Bewegung jetzt in einem bärischen Muster aufzugreifen. Irgendwelche Bärenflacken, die dann wieder Gefahr auf der Unterseite bringen. Also Bullen, meint der Short Squeeze Chance gewesen? Waren das bloß die Bären, die rausgedrückt wurden? Oder sind das echte Bullen gewesen? Große Zweifel sind ja noch angebracht. Wenn es echte Bullen sind, müssen sie zum Wochenauftakt direkt attackieren. Für große Umkehrformationen. Die werden dann möglich an die wichtigen Unterstützung holen. Wer es bleibt aus. Und wir sehen bloß Bär-Ressourcen-Konsolidierung. Das ist die Aufgabe der nächsten Woche. Das werden wir hier auf diesem Kanal beobachten. Genau betrachten. Daher Abo dalassen. Gerne ein Like dalassen. Und sehr gerne auch eure Meinung im Kommentarbereich dalassen. Würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, schaut euch noch die anderen Videos an. DAX, Short Check. Und natürlich den wichtigen Wochenausblick, wo ich das große Ganze bespreche. Auch noch ein, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Macht's gut und ciao. Ich wünsche euch noch ein paar Minuten.